Das heißt, so ein System ist schon von der Sicherheit her natürlich optimal. Der Markus ist noch unterwegs. Der Markus ist der zweite. Habt ihr das Konterrad gesehen? So, habt ihr auch jetzt gesehen, bei Markus habt ihr gesehen, oder auch bei Marc, wie das Konterrad richtig, als würde das Platt werden fühlen. Habt ihr das gesehen? Richtig aneinander. Richtig. 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 Einmal durch.